So, hallo ihr lieben Menschen da draußen, mein Name ist Sebastian Stamm, ich bin Zirkus- und Varieté-Künstler und lebe in Berlin. Wie aber einige hoffentlich noch von euch wissen, bin ich mit Herz und Seele gebürtiger Kreisheimer. Und auch dieses Jahr bin ich wieder extrem froh und stolz, dass gerade zum Fest der Nächstenliebe und der Mitmenschlichkeit zum 24. Dezember eben auch wieder die 24 Weihnachtswunder vor der Tür stehen. Ne, nach wie vor eine ganz, ganz, ganz tolle Sache, in der sich lokale Betriebe, Menschen, die in Not gekommen sind, Menschen, die Hilfe brauchen, sich diese annehmen und denen helfen aus ihrer Not. Und ich denke, das ist momentan mehr denn je wichtig. Ja, ich spreche jetzt einfach mal, ich habe mich sehr schlecht vorbereitet auf den Beitrag, aber ich spreche jetzt einfach mal aus dem Bauch beziehungsweise aus dem Herzen heraus. Auch das letzte Jahr, das letzte Jahr hat uns alle gebeutelt, das wissen wir. Und auch ich war auf Hilfe angewiesen und extrem dankbar, dass ich Hilfe bekommen habe. Und somit ist es nun mal einfach so, es kommt immer wieder mal die Situation, in der wir uns selber nicht mehr helfen können, in der wir angewiesen sind auf andere Menschen, auf die Nächstenliebe und auf die Gesellschaft. Und genau so funktioniert es eben nun mal. Und ich kann einfach auch nur appellieren, zeigt Herz, helft und unterstützt Menschen, die sich nicht mehr selber helfen können. Und ich denke, dann wird auch dieses Weihnachtsfest ein wahrhaftig großes Weihnachtsfest und die 24 Weihnachtswunder werden Wunder. Und ich wäre, ich fände es ganz toll, wenn da sehr, sehr viel zusammenkommt. In diesem Sinne, ich habe euch lieb, liebes Kreisheim, ich sehe euch bald wieder. Liebe geht raus. Ciao.